Thema dieses Films sind die Rechengesetze, das Kommutativ, das Assoziativ und das Distributivgesetz. Zum Glück sind alle drei Gesetze einfacher zu verstehen als ihre aus dem Lateinischen stammenden Namen. Etwa das Kommutativgesetz. Kommutare heißt tauschen. Wir haben es also mit einem Vertauschungsgesetz zu tun. Mal sehen, was da vertauscht wird. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020